Thomas Lund Hellweg ist ein ehemaliger dänischer Fußballspieler und derzeitiger Trainer. Zuletzt stand er 2013 als Co-Trainer bei Udens BK unter Vertrag. Familie Hellweg stammt aus einer Fußballerfamilie. Sein Vater spielte in Dänemarks 1. Liga und in der B-Nationalelf. Sein Onkel hatte eine ähnliche Karriere. Sein zwei Jahre älterer Bruder spielte auch in der 1. Dänischen Liga. Spielerkarriere Der Verteidiger Thomas Hellweg spielte in den ersten Jahren seiner Karriere bei Udens BK. Hier spielte er sich in die Stammelf und wurde Leistungsträger. In den weiteren Jahren wurden dann Clubs aus dem Ausland auf ihn aufmerksam. 1993 wechselte Hellweg ins Ausland und unterschrieb einen Vertrag bei Udinese-Kalziko. Zuvor hatte er gezögert, auch weil seine Frau eine Anstellung an einer Universität hatte. Aus diesem Grund ließ er sich in den Vertrag eine Klausel einbauen, nach der er nach drei Monaten nach Dänemark zurückkehren durfte. Hellweg spielte sich in Udine in die Stammelf. 1995 kam Oliver Bierhoff zum Verein, Hellweg war für ihn der Vorlagengeber. Er und Bierhoff hatten Anteil an Udineses erster Qualifikation für den Europapokal. 1998 folgte er Bierhoff zum AC Mailand. Ein Jahr später wurde Hellweg mit Milan italienischer Meister. 2000 wechselte er zum Stadtrivalen Inter und wurde kurze Zeit später wieder an den AC verliehen. 2003 gewann er mit dem AC Mailand die UEFA Champions League, wobei er im Finale kein Stammspieler mehr war. Im Sommer 2003 wechselte er für ein Jahr zu Inter Mailand, um dann die Serie A zu verlassen. 2004-05 spielte er bei Norwich City, die zuvor in die Premier League aufgestiegen waren. Zunächst konnte er sich nicht in der ersten Elf behaupten und es kamen Spekulationen über eine Rückkehr nach Dänemark auf. Jedoch kam er schließlich wegen Ausfällen nach Verletzungen in die Mannschaft und spielte 20 Mal. Nachdem die Mannschaft wieder abgestiegen war, verließ er den Klub. Auch weil Morten Olsen als dänischer Nationaltrainer Hellweg nicht in der Football League Championship sehen wollte. Hellweg wechselte daraufhin zu Borussia Mönchengladbach. Dort wurde Hellweg die Rolle des Führungsspielers zugeteilt. Verletzungsbedingt kam Hellweg in der Bundesliga jedoch nur zu 13 Einsätzen. Zum Ende des Jahres 2010 beendete er seine Karriere. Am 4. Dezember 2010 lief er gegen Alborg BK letztmals in einem Punktspiel auf. Seinen letzten Einsatz als Aktiver hatte er am 16. Dezember 2010 im Europa League Spiel gegen den VfB Stuttgart. Für die dänische Nationalmannschaft gab er am 20. April 1994 sein Debüt in einem Freundschaftsspiel gegen Ungarn. Er bestritt 108 Länderspiele, in denen er zwei Tore markierte. Er nahm mit der Nationalmannschaft an der EM 1996, der WM 1998, der EM 2000, der WM 2002 und an der EM 2004 sowie an den gescheiterten Qualifikationen zur WM 2006 und zur EM 2008 teil. Er lief letztmals am 17. Oktober 2007 beim EM-Qualifikationsspiel gegen Lettland auf. Am 28. Februar 2008 trat Hellwege aus der Nationalmannschaft zurück. Trainerkarriere Ab Januar 2011 arbeitete Hellwege als Co-Trainer bei Utensbeka und war im Frühjahr für einige Wochen Chefcoach. Von Sommer 2011 bis Sommer 2013 kehrte er in die Rolle des Trainerassistenten von Trölsbach zurück. Erfolge Verein Dänischer Meister Dänischer Pokalsieger 1991, 1993 und 2007 Italienischer Meister 1999 Italienischer Pokalsieger 2003 Sieger der UEFA Champions League 2003 Nationalmannschaft WM-Teilnehmer 1998 und 2002 EM-Teilnehmer 1996, 2000 und 2004 Sonstiges Hellweg spricht neben Dänisch auch Englisch und Deutsch. Er lernte die deutsche Sprache in der Schule und über das Fernsehen. Er lernte die deutsche Sprache in der Schule und über das Fernsehen in der Schule und über das Fernsehen in der Schule und über das Fernsehen. Er lernte die deutsche Sprache in der Schule und über das Fernsehen in der Schule und über das Fernsehen. Er lernte dieieder der Schule und über das Fernsehen in der Schule und über das Fernsehen in der Schule.